Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Walking Dead. Ja, in der letzten Folge, ja, Kenny ist ausgestiegen, wir wissen nicht, was mit Kenny los ist. Das, äh, ja, mein Kopf war so züchtern. Moment, so. Ähm, ja, Kenny ist ausgestiegen, wir wissen nicht, was mit ihm ist. Jane hat uns alleine gelassen und wir sehen hier nichts. Wir müssen irgendwie durch Schneegestöbe kommen und hoffen... Oh, ich seh. Das wird ja immer weniger. Ich weiß nur, dass Jane irgendwo... Okay, abschießen können wir sie nicht. Aber zu nahe sollten wir dem wohl auch nicht kommen. So, jetzt... Wie lang? Ich geh einfach hier lang. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Man sieht auch... Oh. Aber wenn wir nicht genug dran sind, können wir die abknallen. Okay. Ja, und Clementine ist ja immer noch angeschossen. Das ist zwar ein Durchschuss, aber... Trotzdem tut sowas bestimmt scheiße weh. Vor allem, wenn man da noch hinfällt. Ich weiß nur nicht, ob das so gut ist, die abzuknallen. Wir tun's trotzdem. Okay, hier ist... ...weg eine Waldgrenze. Vielleicht fällt der Schnee nicht so krass und man sieht mehr. Hier ist das keine Waldgrenze. Was ist das hier? Rastplatz oder so, ne? Dort. Ja, ist ein Rastplatz. Ja. Eine Neuerung schaffen. Kindly stop for me. Aber ihr habt gesehen, ihr seht das auch. Das ist so, ja. Und ich lebe es trotzdem vor. Sie ist einfach gegangen. Meine Mietze fährt wieder rum. Der möchte wieder... Naja. Das ist ja nichts Neues, ne? Da kommt sie. Jane, du bist okay? Wo ist der Kind? Jane, wo ist er? Wo ist er? Jane? Wo ist A.J.? Was sagst du? Was sagst du? Nein. Nein! Nein. Nein, nicht wieder. Nein, nicht wieder. Clem, schau mal an mich. Kein egal, was passiert, einfach aus dem Weg. Okay? Just trust me, Clem. Stay out of what? Stellt sie ihm eine Falle? Keine, ruhig. Keine, ruhig. Keine, ruhig. Keine! Keine! Wie kannst du ein verdammeliger Kind? Ich habe ihn nicht. Es war ein Verbruch, Keine! Ich werde keine Entfernung von dir, Keine! Ich habe dich gebro. Ich werde dich zu sagen. Jane, keine. Ich werde keine. Ich werde kein Verblätter von diesem Mannstern im Gehirn, Clem. Ich brauche keine Verlust. Ach du... Scheiße... Oh Gott ich weiß gerade... Hey was soll... Ihr seid doch wahnsinnig... Kommt jetzt der Moment wo wir zwischen Jane und Kenny anscheinend müssen, ich merke beide... Wir gehen dazwischen... Sie ist aber auch nicht viel besser... Jetzt ist sie echt... Und stellt sie Kenny jetzt eine Palle? Boah ist das mies... Ist das gemein! Woah... Oh oh... Die haben sich beide nicht mehr unter Kontrolle... Im Grunde hat Jane das ja jetzt alles angezettelt... Jane hat's angezettelt... Sie hat's provoziert... Ich glaube wir haben keine Wahl... Ich glaube jetzt ist der Moment... Ich ... A- W- Ich wünsche... Es war klar, sie hätte damit rechnen müssen, dass sowas passiert. Sie hat's provoziert, wirklich. Sie hätten ihn auch noch umbringen können, aber... Fuck, das ist Kenny, verdammt, nochmal. Kenny, versteht ihr? Wir kennen ihn so viele Spielstunden eigentlich, ne? Das ist... Ich schrei doch ein Baby. Also hat Jane echt gelogen und ist wirklich extrem provoziert und ist herausgesporen, dass Kenny durchdreht. Das hat nichts damit zu tun, zu zeigen, wie er wirklich ist, oder was auch immer. Das hat damit rein gar nichts zu tun. Das ist die... Ich dachte... Ich dachte, wir haben dich verloren, Junge. Ich... Ich kann nicht glauben, dass er alive ist. Das ist ein Miracke. Ich dachte, er ist gut gegangen. Ich dachte, sie hat ihn von uns genommen. Wieso bin ich gerade der Meinung, dass wir endlich mal eine richtige, vernünftige Entscheidung getroffen haben? Ja, genau so sehe ich das auch. Ich habe dich nie verhört, verstehst du? Ich protecte dich. Du glaubst mir, nicht wahr? Nur imagine, was sie für Elvie... Ich... Ich glaube, dich... Okay. Danke. Ich glaube, wir haben richtig gehandelt. Wer anderer Meinung ist, ist mir keck egal. Ist mir so scheißegal. Da könnt ihr euch in den Kommentaren drum kloppen. Neun Tage später. Wuuuuh. Neun Tage. Okay, ein Feuer. Es ist nur ein bisschen weiter. Wir sind fast da. Ich hoffe, dass es ein Feuer ist. Oh, wir können jetzt eine heiße Mischung benutzen. Das ist vielleicht alles, was ich brauche. Zumindest hat er noch Spaß und kann lachen. Ich finde das eigentlich... Also ist Kenny doch nicht so. Was? Oh, ich hoffe es so sehr. Los, wir sagen einfach, wir sind hoffnungsvoll. Mit Jane hätten wir das nie gefunden. Be able to sleep at night? Das ist weit genug. Just stay still, Clem. Do as she says. Put your hands up, Clem. Drop your weapons. Approach the gate. Just a couple of people at the front gate. They don't look like trouble. Sounds good. Hi, I'm Edith. Erinnert mich ein bisschen an Bonnie. And this year's Clementine. Hello. Oh, what a handsome boy. Look at him. What's his name? Alvin, Junior. Is there someone named Christa in there? I don't think so, dear. So, this is Wellington, right? A lot of people call it that. Okay. So, what do we do, to get in? Well, I'm afraid this is the part, where I give you the bad news. Oh, nein. Jetzt sag nicht. What the hell's this? That's some supplies. Food, water, some medicine, a first aid kit. Why are you giving us this? Unfortunately, our community isn't accepting new members. We're overcapacity as it is, and there's just not enough to go around if we keep bringing people in. Things might change in a few months. I'm sorry, I really am. So, we're supposed to just take this and go? But, but, we have a baby. This, this is hard for me too. I don't want to turn anyone away, especially children. But, just take the kids. What? Please. Just take the kids. It's too dangerous out here for them. Kenny, I... It's just a little girl and a baby boy. You can make room for that. You can take back the supplies you gave us, if that helps. Please, just... I need them, to be safe. And it's safe in there. I know that. Kenny. Just ask someone, please. They won't make it out here. Please. Well... I'll ask. Just give me a second. Kenny. Kenny, alter... Nein. Ich will ihn nicht zurücklassen. You don't need to look at me like that. This is for the best. What the hell are you doing? Look at these walls. It's safe here. You too will be safe. That's what's important now. Bis es da drin einfach so stirbt, und dann ist da drin nichts mehr sicher. Das ist ein verficktes Gefängnis, ist das. Das ist, das ist... We can take the children, but... Just the children. I made the case that... Thank you. Thank you. Kenny. Okay? Al... Nein. This is your chance. For you and this boy. I don't trust myself to keep you too safe. Not anymore. Please. I'm begging you. Please. Stay here. Stay here. Where it's safe. Where you two will have a chance. No. 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 Why are you doing this? Why are you doing this? I mean, on the one side... This is the only way. For both of you. Think about Alvy here. Please, Clem. Just do it. Do it. Just do it. So, so, verdammal. Verdammt viel. Das ist... Zum Glück haben wir hier ein bisschen Zeit. Um uns jetzt... Oh, ich... Please, Clem. Please. Where you won't have to sleep with a gun next to you. Every night. You can be a kid for a while. Scheiße, man. Alter, das ist... Das ist die fieseste Entscheidung bisher überhaupt. Noch fieser als Lee zu erschießen. Wirklich. Weil Lee wurde gebissen. Er wollte es so. Und hatte sowieso Chancen. Aber jetzt das hier ist wesentlich brutaler und krasser. Ich finde das... Ich bin... Das ist emotional gerade so verstörend. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Wir bleiben. Okay. Okay, wir bleiben. Wir bleiben. Okay. Gut. Man sieht, dass Kenny es das wirklich will und sich wirklich so dafür entschieden hat. Right. Okay. Gut. Keep an eye out for him. Please. Now, you take care of Alvin here. You live a good life. Okay? Don't waste this. Okay? Now, I'm gonna go. I'm gonna go. Before one of us. Before one of us changes their mind. Now, I'm gonna walk away. I might not look back. Not because I don't want to. I'm real glad to have met you, Clementine. Oh, Oh, Ohne Scheiß. Ich hab grad echt so'n kleinen Kloß im Hals, ey. Boah. Ist das fies. Aber auf der einen Seite auch, ähm. Oh, der Kloß gerade. Groß, groß. Wirklich eine großartige Arbeit von Telltale. Wirklich. Ähm. Wenn ein, ein Spiel wirklich emotional doch so mitnimmt und bewegt, haben sie ihre Sache auf jeden Fall richtig gemacht. Anstatt es einfach nur stumpf durchzuspielen. Ich glaub, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Abschluss viel sagen kann. kann, oder werde ich... Ja, all the dead lie down. In the end, who are you with? You and 21. Ja, okay. Die meisten Spieler sind tatsächlich mit Kenny wieder weggegangen? Wow. Wer hätte das gedacht? Ich meine, es fiel mir auch wirklich schwer, Kenny alleine zu lassen. Es fiel mir wirklich schwer und mittlerweile ist ja auch schon längst die dritte Staffel in New Frontier Online. Wann und wie und ob ich es spielen werde, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine kleine The Walking Dead Pause. Werde erstmal andere Projekte in Angriff nehmen und den mal schauen, wann mich denn ja, der Eifer packt New Frontier zu spielen. Mit euch natürlich. und ähm... ja... Boah, es ist, es ist, äh... Auf der einen Seite Telltale-Entwickler, Macher, äh, was auch immer. Leute von Telltale, ich hasse euch. Ich hasse euch. Auf der einen, auf der anderen Seite, ähm... Eine großartige Spielreihe, die ihr hier, äh, irgendwie gewuppt habt auf... Ich, ich weiß gerade nicht. Es ist, es ist, es ist... Es ist emotional, emotional so mitreißend und ich glaube, es ist, es ist ein Spiel, es ist immer anders, es ist, es ist immer anders, ein Spiel selber zu spielen und direkt, ähm, irgendwo dabei zu sein und die Entscheidungen treffen zu müssen, anstatt es einfach nur zu sehen. Das ist, äh, immer ein Unterschied. Es ist, äh, ja, es ist, es ist einfach krass. Es ist toll und scheiße gleichzeitig und, ähm, ja, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr, äh, ja, immer mit dabei wart und euch Folge für Folge angesehen habt und, äh, pfff... Ja, äh... Äh... Keine Ahnung. Äh, wir... Ich kann jetzt auch nicht Tschüssi sagen bis zum nächsten Mal oder sowas. Es ist, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja. Was bleibt viel zu sagen. Bis dahin. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Jetzt folgt noch der Outro und, ähm... Tschüssi. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Amen. 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 Amen.